Machst du rutschen, machst du! Da geht's Hartz-Kolle nämlich zum Geschehen. Kannst du gucken, Alter! Die schlimmsten Befürchtungen des Headcoachs hatten sich bewahrheitet. Tilzette und Colette waren die Schande des Parcours. Nein! Der Mentor der GGP zog sich einstweilen enttäuscht zurück. Sollen die beiden Versager doch sehen, wo sie bleiben? Auf dieses Desaster erstmal einen Beruhigungsropfen! Ja! 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 Musik 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 Hehehehe! Nein! Nee Leute! Den Scheiß guck ich mir nicht länger mit an! Abmarsch! Peinlich! Man kennt mich doch hier! So, Jungs, mal ganz kurz unter uns, Friedenschwestern, ja? Also, was ihr hier abgezogen habt, das war unter aller Sau! Das war so eine verdammte, gequirlte Scheiße, was ihr abgeliefert habt! Das war so jämmerlich! Ich mach mal hier zum Affenmann! Das ist so Scheiße gewesen! Ich meine, ich hab doch Stars, dachte ich! In einem Monat ist Hearts 4 Open, ist euch das klar? Wenn ihr da so verkackt! Alter, ich mach mich zum Lausemann oder so! Mann, Mann, Mann! Und dann eure YouTube-Kacke da! Ehrlich! Die ganze Zeit redet ihr nichts anderes als YouTube, YouTube, YouTube! Was ist denn das für ein Kack? Lecken, Lecken, Glotzen! Lecken am Arsch! So, und bevor ich mich hier ganz vergesse, machen wir erstmal Feierabend! Endlich nach Hause! Von wegen nach Hause! Jetzt geht's sofort ins Trainingslager! Ab in die Provinz! Aber, ich brauch doch noch eine Unterhose! Und eine Zahnbürste! Robi? Robi? Der hat seine Befehle längst erhalten! Loweple? ... Ja, ich gucke dir die�를! Da ist es munig! Ja, ich freue mich auf! Fröhrens und smarter Woche!